hallo zusammen und willkommen zu meinem ersten adventskalender unboxing video dieses jahr ich habe eigentlich gehofft dass es der alverde adventskalender wird weil ich mich auf den am allermeisten freue der kommt aber irgendwie nicht an keine ahnung generell gibt es gerade überall liefer schwierigkeiten habe ich das gefühl auf jeden fall ist der hier heute aber wenigstens angekommen sogar erst eben vor fünf minuten oder so ich habe ihn direkt ausgepackt und zwar ist das der adventskalender ich glaube so heißt das tz ich habe den eigentlich für meinen sohn gekauft der schläft jetzt gerade meine tochter ist hier ich bin ungeschminkt ich komme gerade von der kindergarten eingewöhnung also mein sohn wird ja jetzt am sonntag drei jahre alt und kommt in den kindergarten und wir sind jetzt schon eine weile an der eingewöhnung was ein bisschen schwierig ist deswegen bin ich auch ein bisschen fertig es ist gerade alles ein bisschen viel trotz allem möchte ich natürlich nicht auf meine adventskalender unboxing videos verzichten weil es mir einfach so spaß macht und das gute an diesem kalender ist jetzt dass er so ja diese wiederverwendbaren fächer hat deswegen werde ich den jetzt mal mit euch zusammen auspacken wieder zusammen packen werden und dann wird das der adventskalender von meinem sohn dieses jahr also so sehen die türchen aus ich habe das jetzt hier auch alles auf die schnelle mit dem hintergrund und dem licht keine ahnung ich hoffe das funktioniert ich hoffe das geht einigermaßen wie gesagt ich habe nicht viel zeit mein sohn schläft meine tochter mal gucken wie lange sie mich machen lässt sie wird wahrscheinlich auch demnächst mittag essen wollen deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen aber vielleicht ist es auch mal ganz gut nicht ganz so viel zu schwatzen so türchen nummer eins also was ganz süßes hier ist so ein kleines rätsel spaß drauf ich weiß nicht ob mein sohn das schon machen können wird an sich ist der kalender soweit ich mich erinnere ab drei jahren von dem her sollte das machbar für ihn sein hinten ist dann auch die lösung drauf ich denke mal da wird bei jedem türchen so ein kleines rätsel dabei sein finde ich eigentlich ganz süß machen wir mal auf ich versuche das jetzt so unbeschädigt wie möglich alles zu lassen da sind auch so türchen die sind gar nicht so komplett zum öffnen sondern so zum aufklappen das ist natürlich super zum wiederverwenden und in türchen nummer eins haben wir badeperlen weltraumhelden mit melonen duft und hautpflegen der rezeptur ich gucke gerade ob man hier irgendwo dran reiben kann um das mal test zu riechen mit außerirdischen glitzer mit lebensmittelfarbe frei von silikonen paraffinen mineralölen und mikroplastik und vegan ist es auch man das hier für kinder ab drei jahren von dem her passt es perfekt für meinen sohn ich rieche jetzt mal also tatsächlich vorbei hier oben kommt ein bisschen ein duft entgegen also es riecht nach etwas aber nicht nach melone ich werde jetzt wie gesagt nicht auspacken weil mein sohn das dann richtig schön auspacken soll es gibt mehrere badezusatz kalender gerade auch für kinder aber ich habe mich eben für tezept entschieden weil das so eine medizinisch geprüfte marke ist soweit ich weiß und ich der halt einfach vertraue wenn ich jetzt so eine no name marke gekauft hätte sag ich mal habe ich wie gesagt auch welche gesehen bin ich mir nicht so sicher ob man ob ich wirklich mein kind darin baden soll aber bei tezept habe ich da absolut keine bedenken das auch alles wieder packt das auch alles wieder schön ein und versucht es auch wieder einzuräumen ich denke mal dann ist auch die stabilität besser gegeben und ich versuche jetzt mal das licht anzumachen vielleicht sieht man mich da ein bisschen was ich hoffe man sieht mich jetzt ein ticken besser wir machen weiter mit türchen nummer zwei türchen nummer zwei noch 22 mal schlafen und dann kommt der weihnachtsmann so sieht das aus ein kleiner lesespaß also mein sohn ist jetzt in dem alter wo er gerne bücher vorgelesen bekommt ich weiß nicht ob das ein bisschen spät ist für kinder ich meine ich habe schon früher interesse an büchern gehabt er leider nicht bin aber froh dass er jetzt langsam anfängt von dem her ist das ganz süß hinten und in türchen nummer zwei auch ist es goldig ich meine das ist eine kleine dose für die milchzähne also ich denke man kann es generell für alles benutzen aber da ist so ein kleiner zahn drauf gemalt so ein kleiner also es ist in form von so einem kleinen zahn deswegen glaube ich ist das für die milchzähne steht jetzt auch nichts dabei aber finde ich auf jeden fall eine ganz süße idee in türchen nummer drei ist eine bastel anleitung mit so klopapier rollen sieht auf jeden fall sehr interessant aus tut mir leid für die hintergrundgeräusche aber ich denke jeder der kinder hat wird da verständnis für haben in türchen nummer drei haben wir eine einen tzp schaumbad prinzessin die liefee gut ist halt ein bisschen ja mädchenhaft aber ich meine in dem alter gibt es das glaube ich für die noch gar nicht so was für mädchen was für jungs ist von dem her passt das ganz gut 90 prozent der inhaltsstoffe sind natürlichen und ursprungs und vegan ich denke mal das gilt für alle badeprodukte von tzpt also was ich ein bisschen schwierig finde für mich ist es schon schwer ja schatzi für mich ist es schon schwer die türchen hier zu finden für meinen sohn glaube ich wird das überhaupt eine tortur türchen nummer vier haben wir wieder einen rätsel spaß eisschollen sudoku kannst du das bilder sudoku komplett ausfüllen ich glaube es wird noch ein bisschen schwer für ihn aber ich glaube ich werde da ein bisschen spaß dran haben wir mal was sich hinter dem türchen verbirgt es ist ein knisterbad räuberbande knisterndes badeabenteuer mit fruchtigem apfel duft jetzt noch mehr knister spaß mal gucken ob man was riecht hier so ich kenne deshalb von den dm oder generell von so erwachsenen badezusätzen dass da immer irgendwo so ein teil ist wo man daran riechen kann das gibt es hier jetzt nicht aber vielleicht ist das sogar ganz gut was ich noch sagen wollte vielleicht denken sich manche so ja ob ein badezusatz adventskalender wirklich was schönes für einen dreijährigen ist ich weiß nicht ich denke ja dreijährige sind verschieden und haben verschiedene interessen und meiner badet halt super super gerne mit papa in der badewanne ist halt finde ich mal so ein grad für den anfang in der badewanne ein super einstieg so ein badezusatz der so das wasser verfärbt oder wo es knistert oder was auch immer denke ich ist es ganz schön für meinen sohn weil er halt echt super gerne in der badewanne ist es wieder einen kleinen perspektivenwechsel weil die kamera umgefallen ist weil ich meine tochter kurz umlegen musste es ist wirklich nicht einfach mit zwei kindern ich könnte jetzt auch warten bis die abends wieder beide schlafen wenn sie dann auch wirklich schlafen öfters mal wird halt vor allem die kleine auch wieder wach dementsprechend ist das auch kein 100 prozent mittel zu sagen ich mache das abends aber ich warte jetzt schon so lange endlich mal den adventskalender auszupacken ich habe so viele schon bestellt die meisten kommen halt eben erst oktober november und die habe ich jetzt mich so gefreut dass es endlich bei dm online die habe ich nämlich von dm online die adventskalender zu bestellen gibt und dann gab es ewige lieferverzögerung wie gesagt ich habe den alverde adventskalender zeitgleich mit dem hier bestellt und der kommt kam jetzt schon zu spät und der alverde adventskalender ist immer noch nicht da und deswegen muss ich mir jetzt so lange in geduld üben dass ich jetzt nicht mehr warten konnte und dieses video jetzt hier auf biegen und brechen mit allen umständen drehe ich hoffe dass das in ordnung für euch und wir machen jetzt weiter mit türchen nummer wo waren wir denn türchen nummer fünf so sieht das aus da hinten ist die lösung und hier ist wieder ein kleines rätsel türchen nummer fünf haben wir ein blubbersalz schlafmützchen entspannendes blubber vergnügen mit zart duftenden lavendel also gerade für abends meistens badet mein sohn abends vorm schlafen ist das super lavendel duft riecht bestimmt auch super ich gucke jetzt gerade mich glaubt ja hier hinten ist zum ersten mal so ein ganz kleines löchlein bin mir ganz sicher ob das mit absicht ist aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus auf jeden fall riecht man da richtig schön das lavendel also so ein süßer lavendel duft riecht richtig lecker würde ich selber drin sogar baden und so sieht die packung aus also bis jetzt bin ich die vielfalt in dem adventskalender echt gut ich bin froh dass sich bis jetzt noch nichts wiederholt hat das eine war ja so ein schaumbad blubber bad also ich habe gedacht das werden immer so die gleichen tüten mit verschiedenen duftrichtungen das türchen nummer 6 ist ja der nikolaus da bin ich mal gespannt ob da was besonderes drin ist oh ja es ist auch ein etwas größeres türchen und zwar ist es das hier aber wie süß das ist sogar lesespaß nikolaus von mir heißt es glaube ich und hier hinten noch ein kleiner nikolaus zum ausmalen also ich finde es echt kurz wie details geachtet wurde wenn er weiterhin so liebevoll gestaltet ist dann muss ich sagen bin ich echt begeistert also ich wusste auch nicht dass auf jeder packung jetzt so ein kleines rätselchen oder so sein wird von dem her top tz top bisher geht die irgendwie ein bisschen anders auf wie die anderen türchen ich weiß dass deswegen wahrscheinlich geht nämlich hier von der seite ich habe die ganze hier oben was gesucht aber die geht so seitlich auch ich finde die die packungen echt süß der ist auch zum wieder befüllen richtig super weil das mal was es ist wie so ein kleines wie so eine kleine geschenk box und nicht diese üblichen einfach nur diese laschen die man öffnet und hier haben wir was ist das denn alles so ein kinderspielzeug wo man so reinguckt und dann sieht man alles so ich will mal probieren ob wir das in der kamera sehen würde ich halte seht ihr mich eigentlich müsste man das sogar sehen können auf jeden fall ist das so ein prisma ich finde es so cool ich dachte wirklich es werden einfach nur diese selben gleichen packungen die es immer gibt zum in die badewanne reinfüllen nur halt in verschiedenen duftrichtungen aber hier ist ja alles mögliche drin ist so ein richtig süßer kinderkalender da wird darüber wird sich mein sohn richtig freuen ich kenne ihn ja vor allem das war das türchen nummer sechs also dass da so ein special ding drin ist ich bin gerade richtig richtig begeistert dass das ist ein zeichen für euch mal dinge auszuprobieren neue dinge auszuprobieren von denen ihr vielleicht nicht erwartet dass es dann doch so was cooles sein wird in türchen nummer sieben ist wieder so ein ausmalmännchen also so wird es dann später ungefähr aussehen ich finde das richtig süß mit diesen ich kann es immer nur wieder sagen mit diesen verpackungen tatsächlich und hier haben wir ein monster starkes badeabenteuer mit fruchtigem duft und hautgesunde rezeptoren ich rieche das auch das riecht richtig lecker fruchtig so nach orange oder so würde ich jetzt sagen schritt 1 und schritt zwei schritt eins schaumparty schritt zwei extra knister knalltüte also man macht zuerst die sind so zwei hälften dann macht man zuerst die eine hälfte rein und danach macht man die zweite hälfte rein da hat man sogar zweimal spaß also richtig cool ist jetzt auch wieder was anderes so eine tüte hatten wir auch noch nicht drin und das war jetzt türchen nummer sieben also bis jetzt auf jeden fall eine empfehlung von mir so ein kleiner geheimtipp dieser kalender türchen nummer 8 also ich zeige euch jetzt einfach immer so kurz das was auf der verpackung drauf ist wenn es jetzt nicht etwas richtig besonderes ist und in türchen nummer 8 haben wir im hokus pokus knister farbwechselbar zauberhaftes bad mit fruchtigem pfirsich duft und hauptpflegende rezeptur ich rieche den für sich tatsächlich obwohl ich jetzt nirgendwo löcher sie rieche ich aber das pfirsich aus der packung richtig lecker türchen nummer 9 ist wieder so ein lesespaß und was zum ausmalen und drinnen haben wir rosa regenbogen kinderbadespaß schaumbart mein einhorn so sieht das aus also gerade für mädchen wäre das bestimmt richtig super steht hier noch irgendwas von der duftrichtung erdbeerduft das wird bestimmt richtig gut riechen da bin ich mal gespannt türchen nummer 10 ist back spaß so ein kleines rezept zubereitung lasst dir von einem erwachsenen helfen dann steht hier wie man es zubereitet und da die zutaten boah ist der süß dieser kalender ich bin gerade richtig froh dass ich den bestellt habe und da haben wir badeperlen zauberfee bunter badespaß mit fruchtigem erdbeerduft und mandelöl ist da drin mit zauberhaften glitzerspaß also es wird wohl das wasser zum glitzern bringen und es riecht auch nach erdbeer tatsächlich beim anderen habe ich jetzt nicht durch gerochen durch die packung rieche ich so türchen nummer 11 ist wissens spaß schneegestöber glaube ich eine erklärung was schnee ist und wie schnee entsteht also wie gesagt ist das gerade wirklich das perfekte alter weil mein sohn sich erst jetzt dafür interessiert was ich ihm vorlese davor hat er mir nie zugehört und dazwischen geredet und mir die bücher aus der hand gerissen oder die bücher zerrissen so und jetzt kann ich ihm wirklich diese sachen vorlesen und er wird mir tatsächlich zuhören und jetzt schauen wir mal was da drin ist da drin haben wir blubber salz vulkan land blubber vergnügen mit duft von süßen früchten und kakaobutter das ist wieder so ein so ein dreieck würde ich sagen guck jetzt mal nach was soll es riechen einfach nur nach süßen früchten es riecht aber ich finde tatsächlich nach männer parfüm so ein bisschen vielleicht ist es die kakaobutter die das so herbst macht aber richtig schlecht noch zwölf mal schlafen und dann kommt der weihnachtsmann steht hier drauf und hier gibt es wieder ein dinosaurier zum ausmalen wie cool das meine ich also tezept gut ab egal wie der kalender weitergeht es hat mich jetzt schon überzeugt mir geht es um diese details und diese liebe die in diesem hinter diesem kalender steckt die ich einfach spüre durch diese detailarbeit weil das ist ja aber gerade bei vielen adventskalender so man hat das gefühl dass es so ein restposten bistle produkte die man loswerden möchte es wiederholt sich es ist alles so irgendwie hauptsache es wird verkauft und hier eben hier ein dinosaurier zum ausmalen und ein dino schaumbad also mehr herz kann man doch in den kalender gar nicht stecken oder mit dem duft von apfel ist das dino starke schaumbolken mit fruchtigem apfelduft also da bin ich auch gespannt weil ich liebe apfel rätsel spaß pinguin panne also das sehe ich jetzt schon wer das nicht erkennt was das ist das ist natürlich eine fehlersuche versuche ich mal meinen sohn zu erklären habe ich tatsächlich noch nie probiert vielleicht ist er mittlerweile in dem alter dass er versteht was er dazu tun hat aber das ist echt mal interessant rauszufinden und in dem türchen also wie gesagt ich hoffe ihr entschuldigt das chaos aber es ist ein kinder adventskalender ich denke wenn ich in diesem video in welchem kann ich dann auch verständnis hoffen ihr sonst ganz schnell langweilig wird und hinter diesem türchen verbirgt sich wieder ein knister farbwechselbad hokus pokus ist jetzt das allererste mal dass ich sehe dass ich was wiederholt vielleicht wird es sich jetzt auch alles doppeln aber ich meine das sind produkte da hat mein sohn nicht nur einmal spaß dran und er wird sich bis türchen nummer zwölf wird er sich nicht mehr erinnern was in türchen nummer eins drin war von dem her wird er sich auch darüber wieder freuen ganz klar türchen nummer 14 rätsel spaß was ist das denn was siehst du auf den bildern lass deiner kreativität freien lauf es gibt keine falsche lösung ist ja süß da dürfen die beschreiben was sie da sehen was sie denken was ist da bin ich auch mal gespannt weil mein sohn sieht generell immer in dingen etwas worauf ich gar nicht kommen würde so erst so richtig kreativ was das betrifft so zeigt er baut zum beispiel irgendwas und sagt mama guck mal das ist das und das nicht in mir so ja tatsache das sieht wirklich aus wie das und das also der ist da richtig begabt und da bin ich mal gespannt was er dazu sagen wird und hier drinnen gibt es ein knisterbad räuberbande ich bin mir selber schon nicht mehr sicher ob das überhaupt drin war schon mal oder nicht aber ich meine das ist neu mit fruchtigem apfel duft wieder noch neunmal schlafen und dann kommt der weihnachtsmann und ist wieder ein kleiner lesespaß mit drauf und drin haben wir wieder so ein dreieckchen sage ich mal und es sieht dann ein blubbersalz schlafmützchen das wird ja wieder das lavendel bad sein aber wie gesagt gesagt bis bis mein sohn das in türchen nummer was war es jetzt türchen nummer 15 hat hat er schon vergessen dass er das schon in türchen keine ahnung nummer fünf oder so hatte und gerade dieses lavendel da bin ich echt mal gespannt weil mein sohn hat ein bisschen schlafprobleme er schläft nicht gut er wacht nachts sehr oft auf obwohl er jetzt mittlerweile schon drei jahre dann ist weint dann halt im schlaf und merkt es gar nicht dass er also erst dann so ein bisschen in seiner traumwelt und ist dann so halb wach halb schlafen deswegen da wenn ich glaube ich tut ihm eigentlich ganz gut in türchen nummer 16 gibt es wieder was zum ausmalen und dann ist hier noch ein hast du deinen wunschzettel auch schon abgeschickt vielleicht mache ich das sogar dieses jahr mit ihm weil ich habe tatsächlich noch keine ahnung was ich ihm zu weihnachten schenken werde bzw was wir ihm zu weihnachten schenken werden ist eigentlich ein guter reminder hier drauf und da drin ist das sind zehn pflaster also ich muss sagen ich habe gar keine kinder pflaster zu hause weil mein sohn tatsächlich ein sehr vorsichtiger mensch ist hat in so spielhallen wenn ich andere kinder sehe und ihn immer dass er wirklich auch gerne tobt und alles aber sehr vorsichtig also erst immer mit bedacht weil er hat leider auch ein sehr ängstlicher kerl ist ich weiß nicht warum er so ist er hat gerade so was so mutige sachen betrifft zum ersten mal so eine richtig steile rutsche rutschen oder so da ist er gar nicht so der typ für sage ich mal und dementsprechend tut er sich aber auch selten weh deswegen habe ich gar keine pflaster daheim aber für den fall der fälle so was zu haben ist ganz gut das sind so kinder pflaster ich gucke jetzt mal ob ich die aufmachen kann sind so kleine kinder pflasterchen finde ich ganz süß hatte ich als kind auch bzw meine mutter hatte sowas für mich weil ich mir ständig weh getan habe in türchen nummer 17 ist glaube ich so ein kleines experiment wissen spaß der backpulver vulkan wo weiß ich jetzt nicht ob ich das mit ihm machen werde aber an sich ist da so eine kleine anleitung für ein experiment vielleicht ja mal irgendwann mit dem papa und drin haben wir wieder das dinosaurier schaumbart wir hatten jetzt zwei mal so richtig mädchenhafte schaumbäder sage ich mal so mit prinzessin und lilifee und was das war und jetzt zwei mal so dinos finde ich eigentlich ganz gut mein sohn mag die nuss der witzel spaß eulen kauder welch wie viele eulen gibt es von jeder sorte kann ich mal probieren das sind alles so sachen wo ich selber ich gar nicht sagen kann ob er das verstehen wird oder nicht wo ich selber gespannt bin das mit ihm auszuprobieren um dann sagen zu können und wissen zu können wie weit er schon ist weil wenn ich das jetzt so sehe denke ich gucke ich das an und denke mir so wird mein sohn das verstehen was ich von ihm will wenn ich ihn das frage und da bin ich halt echt gespannt hier haben wir wieder nicht wieder ich glaube das ist eine andere sprudel des regenbogen schaum sprudelbart regenbogen land ist wieder so ein einhorn mit drauf also ich denke mal das wird verschiedene farben haben mit fruchtigem 19 ist blinder passagier welches bild passt nicht in die reihe das ist ja süß die habe ich auch so noch gar nirgends irgendwo gesehen ich weiß nicht ob da jetzt auch sachen dabei sind die extra für den kalender gemacht wurden auf jeden fall ist ist ein mein panda schaumbad mit orangenduft mit fingerpuppe zum spiel nein wie süß das trennt man hier unten ab und dann kann er wenn es leer ist seine finger so rein in die in die ist das püppchen sag ich mal und damit zu spielen ist ja auch aus so einer folie von dem herr kann er da im wasser damit spielen finde ich richtig süß und guckt euch an wie riesig dieser panda kopf ist und ich habe schon einen großen kopf riesen türchen und ich habe es nicht gesehen und es ist auch schwer dieses spaß wünscht dir was was gehört zu wem kannst du froh lumbus freunden helfen zum richtigen geschenk zu kommen und hier haben wir was ganz schön schwer kenne ich sogar ich habe gerade überlegt wir haben es selber nicht gemacht gehabt weil ich habe das für die tochter des besten freundes meines freundes gekauft gab zu weihnachten glaube ich jetzt auf jeden fall badeüberraschung schatz sucher sprudelnde badeüberraschung mit fruchtigem duft färbt das wasser blau und wenn die sich auflöst dann verbirgt sich da drin ein schatz und so wie ich das jetzt hier sehe hier war irgendwo so ein fisch und ein delphin da wird halt so eine kleine figur drin sein oder so ein hier oben so ein fisch finde ich cool bin ich mal gespannt was wir da drin haben werden also man kann die auch relativ gut rausholen ich denke mit seinen kleinen fingerchen wird er das hinbekommen jemand familie bastelspaß ist eine bastel anleitung um dann so ein bild zu machen also ich denke das ist dann auch cool so eine beschäftigung für den tag zu haben dass man mal so ein wirklich jeden tag so ein kleines highlight hat was man mit dem kind macht badeperlen weltraum helden die hatten wir schon da erinnere ich mich jetzt aber ich meine es war sogar die erste tür oder einer der ersten bis zum 21 voll in ordnung also ich finde es dürfen sich auch die sachen wiederholen jetzt auch nicht schlimm gefunden wenn es sich jetzt wirklich alles noch mal gedoppelt hätte war von allem zwei zu haben das ist voll in ordnung bei so produkten tut aber nicht es sind immer noch neue produkte dabei was ich wirklich wirklich also wird schwer diesen kalender zu toppen in den nächsten videos bin ich ehrlich weil so ein guten adventskalender spaß wo bist du frohlung bus da muss man wohl den frosch von tezept finden auf dem bild das wird da hinbekommen da bin ich zuversichtlich und im türchen drin so was hatten wir jetzt auch noch nicht also so ein richtiges dreieck das ist nicht hier oben so zusammengefaltet das vielleicht sieht es einfach nur anders aus es ist auf jeden fall ein sprudelschloss prinzessin lilly fähig mein das hatten wir auch noch gar nicht drin magisches glitzernde sprudelbad mit süßen beeren duft mal gucken ob ich sie irgendwo da schneidet man auch hier oben auf sprudelschloss mit in die badewanne nehmen noch einmal schlafen und dann kommt der weihnachtsmann bist du schon aufgeregt süß und hier hinten einmal spaß da fehlt doch noch was kannst du den teddy fertig machen also das wird er nicht hinbekommen bin ich ehrlich in dem türchen da ist wieder dieses diese knister schaumparty wo schritt einzelne schaumparty und schritt zwei eine knalltüte ist also freue ich mich weil ich fand das bei dem anderen türchen schon richtig cool ich glaube mein sohn ist wach wir sind ja eh gleich fertig wir machen jetzt noch ganz schnell türchen nummer 24 ich hoffe der bleibt noch ein bisschen in seinem bett türchen nummer 24 machen wir ganz schnell auf auf jeden fall ist hier wieder so ein mal spaß dass dieser frosch von tz drauf und ein lese spaß endlich heute ist weihnachten und jetzt schauen wir mal was da drin ist es war mir schon klar dass das nichts für die badewanne sein wird weil dieser kalender halt wirklich auf kinder gezielt ist und nicht nur auf badewanne sage ich mal und zwar ist das ein mini puzzle mit 54 teilen eigentlich steht dafür jahre plus aber mit einem erwachsenen zusammen ist es für jedes kind machbar mein sohn hat jetzt noch gar keine erfahrung mit puzzle aber ist eine gute idee ja und du möchtest auch essen ich fütter ich auch gleich ist auf jeden fall eine gute idee das mal auszuprobieren perfektes timing hiermit beende ich auch das video ja ich hoffe trotzdem chaos dem spontanen ja perspektiven ja der spontanen perspektiven wahl und dem ungeschminkt sein sage ich mal hat euch das video gefallen mir hat auf jeden fall der adventskalender gefallen ich lege allen die im kind haben das gerne badet diesen kalender ans herz und freue mich wenn ihr beim nächsten mal wieder einschaltet dankeschön